Die Stadtnummer 37, die Isabel Quasada und die Stadtnummer 50, Nicole Heft. Auch hier ein paar Hintergrundinformationen. Ich denke, das macht die ganze Sache auch etwas persönlicher. Die Jennifer trainiert seit drei Jahren, hat bereits sechs Wettkämpfe bestritten. Die Isabel macht heute ihren ersten Wettkampf. Die Nicole Heft hat zwei Wettkämpfe gemacht und trainiert seit zwei Jahren. Und die Melanie Roller hat sechs Wettkämpfe bestritten und trainiert seit einem Jahr. Wenn ihr bitte noch einen Schritt nach vorne kommt. Einmal bitte die Frontansicht. Vielen Dank. Eine halbe Drehung zur Rückenansicht.